ok 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 ja ich sollte das hier auf jeden fall markieren und das sollte ich einstecken die sollte ich mal raus tun dass ich sie nicht die ganze zeit da drin habe du kannst ruhig mal hier weiter runter du da hoch die recharging charts die brauche ich eigentlich fast gar nicht so selten wie ich fast chargen tue eine hoch will ich nicht also mal überlegen ich habe schon wieder die null vergessen egal kurz überlegen das wäre eigentlich nur der hamlet so wir sind wieder aufgeladen hier gibt es noch eine brücke und so da können wir auch mal drüber gucken hier sind wir schon mal richtig haben wir blitzbomben und sowas schon probiert die bomben sind es auch nicht kompass ist es auch nicht fackel auch nicht das auch nicht und du bist langsam wieder hungrig hier ist ein pilz sind schön nach haften ok das heißt hier durch hier war einfach nur eine schaufel hier sind wir direkt unter dem ding ja hey jungs ihr seid viele deswegen gehe ich euch mal dezent aus dem weg ja ich nehme mal an da muss sich was öffnen jetzt ist hier aufgegangen und hierzu was macht das ding hat das feuert da lang ok lassen wir mal die jungs da stehen wo sie sind das ist jetzt ein witz ach so müssen wir erst dann das ding aufheben ok ein reaktionsrätsel ok wir haben das hier geöffnet ist das jetzt gut oder schon mal gut dass hier eine pflanze liegt also so eine kristallpflanze hallo hallen der verdammten ich höre noch ein stein auf jeden fall ich höre noch ein stein auf jeden fall ich sehe aber keinen weg wie man von da unten wieder hoch kommt lass mich mal kurz das ding hier umlegen hier sieht es auch nirgends noch secret aus ok ich habe die großen hallen der verdammten gefunden ich habe auch dieses feuerball rätsel ok da fliegt einer rum da fliegt noch noch einer rum so 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 hier rum hier ist nichts au wo wau ok so jetzt wir müssen uns wirklich noch da unten umgucken Ja, hier fliegt er erst einmal rum. Wow. Au. Aua. Okay. Du bist verletzt. Das ist nicht so toll. Wir haben leider nicht so was wie einen Heilsauber. So, kurz ausruhen, dass sie hochheilen kann. Und es ist cool, dass wir jetzt die Tageszeiten beim Schlafen sehen können. So, wir fälschen mal einen weg und wenn wir zu angeschlagen sind, ziehen wir uns nach oben um zurück. So. Und ziehen uns dezent zurück, weil gerade einer von uns gestorben ist. Beziehungsweise eine. Ja, da müssen wir irgendwie durchkommen. Ich nehme mal an, der Schalter ist dafür da unten irgendwo. Ja, kürzen wir so rum ab. Der auf dem Friedhof holt alles. Gut. Was für ein Heckmeck. Aber in die Kristallhöhlen will ich nicht. Den Schlüssel für die Pyramiden haben wir nicht. Und ja, ich speichere nochmal ab. Sicher ist sicher. Das könnte wirklich eine Weile dauern. Da unten mit den Untoten. Sind glaube ich vier Stück oder so. Ah, falscher Weg. Ne, doch richtiger Weg. So, hier lang. So, hier runter. Wow. Genau. So, erst geht da töten. Solange er alleine ist, geht das. Oh, da ist es schon der nächste. Ja, wir nehmen definitiv jetzt weniger Schaden. So, noch einer. Versuchen wir mal ein bisschen zu tanzen mit dem. Hat einigermaßen geklappt. Fricht gekrankt. Oh, es sind sogar, es sind sogar noch viel mehr als erwartet. Wow. Um die Ecke. Warten wir mal, bis der nächste Feuerball vorbeigeht. Ich finde es schön, dass ihr so viel Schaden mit dem Bane macht. Ähm, 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 ähm. Nein, 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 nein. So. Wow, das war knapp. Es hat uns fast der Feuerball erwischt. Ist was. Und du? Bist noch ganz gut dabei. Schlafen. Es müsste nämlich nur noch der eine da unten sein, hoffe ich mal. Den wir eingesperrt haben. Oh, jetzt hast du Hunger. Hm. Hm, hier Pilz. So. Warten wir noch den nächsten Schuss auf oder... Oder fallen einfach auf den drauf. So, geht das natürlich auch. Hey, jetzt haben wir Bolzen. Oh. Jetzt sind wieder neue aufgestanden. Sag bloß, die stehen immer wieder auf. Äh. Ich hab das Gefühl, mit der Zeit kommen da wieder neue. Oder müssen wir die ein paar Mal besiegen? Äh, wir müssen irgendwie da hinkommen. Äh, ja. Und unsere Silaspreisern verhungern. Äh, weg. Äh, du kriegst auch was zu essen. Hier, Barkfleisch. Oh. Hi, hi. Kannst ruhig herkommen. Au. Äh, Gott. So könnte das wirklich eine Weile dauern. Es ist eher am Verhungern. Hier ist eine Zunge. Au. Äh, vor allem, wenn ich hier die Feuerbälle laufe. Wow. Äh, oder sowas passiert. Äh, das ist der falsche Weg. Ja, das ist doch der richtige Weg. Wie zur Hölle geht dieses Rätsel? So, hier lang. Und was heißt Rätsel? Wie zur Hölle werde ich die Untoten los? Und es wird dunkel und ich kann kein Licht zaubern. ARC. ARC. AP 088. Okay, das hier ist wirklich starker Tupac. Licht. Bitte. Ja, da knallt der Feuerball gegen die Wand. Das hatten wir doch mittlerweile schon. Oh, das knallt nochmal. So. Aua, Aua. Okay, ich habe gerade irgendwie was ausgeschalten. Das knallt da nämlich nirgendwo mehr hin. Jetzt fliegt er nämlich nur noch gerade aus, hä? Okay, damit haben wir schon mal das Problem nicht mehr. Jetzt aber, was hat... Äh. Nein. Was hast du gemacht? Ah, das ist jetzt nicht so schön. Au. Das ist Wind noch, noch und schöner. Aber... Genau, bleibt genau da stehen. Wie ihr beide trinkt. Ah. So. Ich habe es rausgeschafft aus dem Loch. Schlafen kurz. Okay, ich glaube, ich darf mich, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, nicht umdrehen. Sondern ich muss einfach rückwärts rennen. Aber ganz erkennoste ich mich. Ja. Ich glaube, ich würde�note mehr. Und wenn ich jetzt weiß, ich hoffe, mich, ob das tut.